Willkommen zu einer ganz neuen Videoreihe der Berufsschule 7. In dieser Reihe wollen wir uns mal um das Thema KI, Künstliche Intelligenz, kümmern. Dabei werden wir uns jetzt hauptsächlich auf sogenannte neuronale Netze stürzen. Um die wird es hauptsächlich gehen und wir werden jetzt auch hier gleich mit den ersten Themen anfangen und zwar das sogenannte Arbeitsneuron. Das schauen wir uns an. Die Idee hinter dieser ganzen Videoreihe ist, dass wir die wesentlichen Begriffe für neuronale Netze und Künstliche Intelligenz verstehen. Und das bedeutet jetzt gerade am Anfang nicht, dass wir sofort mit irgendwelchen Bibliotheken wie Keras anfangen zu programmieren, sondern erfahrungsgemäß ist es erstmal sinnvoll zu verstehen, wie funktioniert das Ganze denn eigentlich. Und dazu werden wir hier durchaus das eine oder andere selber programmieren, auch wenn es relativ wenig mit einer praktisch nutzbaren Programmstruktur zu tun hat, weil es schlichtweg zu langsam ist, weil wir das eher naiv programmieren werden. Aber ich sage, wenn ich es programmieren kann, auch wenn es jetzt nicht sehr performant ist, verstehe ich zumindest, was dahinter steckt. Und genau das ist das Ziel der ersten Videos. Und wir werden dann irgendwann mal ja auch auf die anderen Bibliotheken mal eingehen. Aber jetzt geht es erstmal um das grundsätzliche Verständnis. Zielgruppe Fachinformatiker 12. Klasse und alle, die sich mit dem Thema KI neuronale Netze auseinandersetzen wollen. Ja, schauen wir uns nochmal detailliert an, wie ich das Ganze eben durchziehen möchte. Und zwar, ich möchte erstmal einen Überblick schaffen. Was ist die eigentliche Idee dahinter? Woher kommen die Begriffe? Warum nennt man das Neuronen? Solche Sachen. Dann werden wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, es naiv, wie man so schön sagt, in Java implementieren. Einfach um, ich sage mal, die Eingeweide von neuronalen Netzen zu verstehen. Wie funktioniert eine Gewichtung? Wie funktioniert eine Delta-Lehrnregel? Solche Sachen. Und das möchte ich hier sozusagen am eigenen Leib erfahren. Und dann müssen wir einfach die Ärmel hochkrempeln und das Ganze selber mal implementieren. Die Prinzipien möchte ich an einem sehr, sehr, sehr einfachen Beispiel realisieren. Und ich muss dazu sagen, das hat jetzt erstmal auch gar nichts mit mit wirklichen Lernnetzen zu tun, sondern wir wollen wirklich nur verstehen, was da im Inneren passiert. Ja, das ist noch kein wirkliches Lernen, aber ein Verständnis schaffen. Dann werden wir uns auch die Topologien anschauen, dass wir eben verstehen, was ist denn ein dense Network? Und das sind alles Vokabeln, die uns dann bei Keras später irgendwie wieder auf die Füße fallen werden. Und wie gesagt, wenn wir es selber mal gemacht haben, dann hilft es durchaus weiter. Dann die einfache Lernregel am Beispiel Delta-Learning. Und dieses Delta-Learning werden wir auch auf den einfachst möglichen Netz realisieren. Das wird ein Logikgatter sein. Und da hoffe ich, dass jeder dann versteht, was eigentlich dahinter steckt. Und darauf werden wir dann wiederum den Backpropagation Algorithmus aufsetzen, der so als der Heilsbringer der neuronalen Netze gehypt wird. Und da möchte ich einfach, dass jeder kapiert, was da dahinter steckt. Gut, und danach werden wir ein bisschen auf die Frameworks gucken. Und ich bin mir sicher, dass wir danach noch eine weitere Videoreihe machen werden, wo wir dann wirklich mit diesen Frameworks arbeiten. So, dass wir das mühsam erlernte Vokabular in dieser Videoreihe eben anwenden können und verstehen, was eben jetzt in Keras so abläuft, wenn wir dort ein paar Netze bauen. So, ja, woher kommt der Name neuronales Netz? Es kommt tatsächlich von dem Neuron, auch wenn ein wirkliches neuronale Netz mit unserem Gehirn so gar nichts zu tun hat. Es ist nur eine Idee, die man sich geholt hat aus der Natur und hat die einfach in mathematischen Rahmen reingezwängt, so dass wir das überhaupt in irgendeiner Form berechnen können. Und im Wesentlichen sind neuronale Netze dann einfach mathematische Konzepte. Und ich werde in diesem Video versuchen oder in dieser Reihe die mathematischen Konzepte irgendwie so weit zu erklären, dass man versteht, was dahinter steckt. Das heißt noch nicht, dass wir es blind anwenden können, dass es alles hundertprozentig für eine Doktorarbeit reicht, sondern dass wir einfach nur ein großes Verständnis haben und sozusagen die Anwendung von fertigen Bibliotheken dann eben in Angriff nehmen können. Das heißt nicht, dass wir alle mathematischen Details verstehen. So, ich habe jetzt hier mal ein Neuron abgebildet, das Modell eines Neurons, so wie man es irgendwie scheinbar in den Gehirnen von Tieren oder was auch immer gefunden hat und hat festgestellt, dass so ein Neuron, so ein Neuronkern hat, den sogenannten Nukleus und dann gibt es da hinten so ein Axon, wo ein Signal rauskommt. Und hier die sogenannten Dendriten, die sammeln von irgendwelchen anderen Neuronen wieder die Signale ein und geben sie dem Kern zur Verarbeitung. Und das Ganze sieht dann eben so aus, dass wir einfach verschiedene Neuronen irgendwie beliebig in irgendeinem Chaos vernetzt haben und irgendwie scheint es so schlau zu sein, dass die Menschen und Tiere damit denken können. Und das hat man als Idee genommen, aber nicht mehr. Also nicht bitte glauben, dass ein neuronales Netz in irgendeiner Form was mit dem Gehirn zu tun hat, sondern das ist einfach nur, ich sag mal, der Trigger gewesen für die tatsächliche Umsetzung. So, was hat man sozusagen als Idee da rausgenommen? Man hat gesagt, wir haben ein Kern und diesen Kern wollen wir irgendwie programmtechnisch oder mathematisch abbilden. Dann gibt es irgendein Ausgangssignal, das da rauskommt und irgendwelche Eingangssignale, die da reinkommen. Und diese Eingangssignale sind wiederum Ausgangssignale von anderen Neuronen, sodass wir das Ganze eben vernetzen. Und dieses Ausgangssignal geht natürlich wiederum an andere weitere Neuronen, sodass wir mehrere Eingangssignale haben und das Ausgangssignal wieder an mehrere Neuronen verteilt wird. Wobei diese rechten Pfeile alle den gleichen Wert darstellen sollen. Links die grauen Pfeile oder die hellgrauen Pfeile, das sind unterschiedliche Werte, weil sie von unterschiedlichen Neuronen kommen. Dann gucken wir uns den inneren Aufbau des Neurons nochmal etwas genauer an. Das Ziel dieses Neurons ist irgendein Ausgangswert in die Verbindung zum nächsten Neuron zu erzeugen. Und was muss es dazu machen? Es braucht sogenannte Eingangswerte. Ja, die habe ich jetzt einfach mal x123 genannt. Und diese Eingangswerte, die auch von vorausgehenden Neuronen kommen, die werden mit einem stinknormalen Faktor gewichtet. W1, W2, W3. Das ist nichts anderes wie eine ganze Zahl, äh, sorry, nicht eine ganze Zahl, sondern eine reelle Zahl, also eine Gleitkommazahl. Und um diese Gewichte geht es dann am Ende des Tages eigentlich. Das ist genau das, was wir dann später richtig einstellen wollen, dass eben ein sinnvolles Ausgangssignal rauskommt. Und das Einstellen dieser Gewichte, das ist das, was wir als Lernen des neuronalen Netzes bezeichnen würden. Dann, was passiert dann? Wir summieren alle diese Eingangssignale und stecken diese Summe in eine Funktion. Und diese Funktion nennen wir Aktivierungsfunktion. Und da gibt es verschiedene, wir gucken uns einfach ein paar an. Einfach nur, dass wir so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was da eigentlich abläuft. Und das Ergebnis, das ist der Ausgangswert dieser Aktivierungsfunktion, ist dann der Aktivierungswert. Und dieses A wird dann durch Zauberhauten zu einem X für das nächste Neuron, was eben im Nachgang dann steht. Und das ist manchmal so ein bisschen verwirrend, weil es einmal X heißt, einmal A. Im Wesentlichen ist es das gleiche Signal, das ich einmal als Eingangssignal interpretiere und einmal als Ausgangssignal. Und wenn wir das hier so anschauen, dann können wir eben uns so vorstellen, dass es hier irgendwie reinläuft in ein nächstes Neuron und parallel in ein anderes Neuron reinläuft. Und so haben wir dann irgendeine Vernetzung von Neuronen. Und das würden wir dann eben als neuronales Netz bezeichnen. Und was jetzt ein richtiges Gehirn kann, es kann eben noch dynamisch wachsen und es braucht keine Strukturen, die irgendwie regelmäßig sich wiederholen, sondern das kann eben beliebig irgendein Chaos dann eben erzeugen. Und das können wir mit unseren mathematischen und programmtechnischen Mitteln nicht. Und deswegen war nicht einfach davor, dass dieses neuronale Netz als Gleichnis zu einem Gehirn zu verstehen, das ist es weiß Gott nicht. Aber es ist eben, wie ich gerade dargestellt habe, inspiriert durch die Natur. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen mathematisch an. Also wir werden nicht ganz um Mathematik herumkommen. Wir werden einige mathematische Konzepte kennenlernen. Nur ich werde in den Videos dann immer eine Referenz auf so ein paar Begleitvideos noch geben, wo ja noch ein paar mathematische Details jetzt unabhängig vom neuronalen Netz nochmal erklärt werden für die, die es in der Schule oder aus der Schule vergessen haben. Also keine Angst, wir werden nichts machen, was nicht erklärt wird. So, also mathematisch, was wir hier sehen, ist, dass unser Ausgangssignal eine Funktion ist, F. Was eine Funktion ist, verlinke ich euch jetzt mal kurz. Da könnt ihr dann in einem extra Video mal gucken, dass euch das wieder in Erinnerung gerufen wird, was ihr in den Schulen gelernt habt. Und das könnt ihr hier dann eins zu eins anwenden. So, und dieses komische gezackte Ding ist ein Summenzeichen, das heißt nichts anderes wie Summe von den verschiedenen Wn, das waren die Gewichte, mal den Eingangswerten. Und das ist quasi eine mathematische Darstellung von dem, was ich oben grafisch dargestellt habe. Das ist das, was wir dann später in irgendeiner Form programmieren müssen. Gut, wir trennen jetzt hier auch noch mal die Verbindungen und die Neuronen. Und wir kümmern uns jetzt erst mal um die Neuronen, weil die Neuronen dann entsprechend wieder die Eingangssignale für die Verbindungen sind. Wir werden es programmtechnisch aber in unterschiedlichen Klassen dann ablegen, weil es einfach sich anbietet. Aber das sehen wir dann beim Code. Gut, dann legen wir mal los. Wir haben hier jetzt einfach mal eine Klasse. Ich habe mal eine Elterklasse, eine abstrakte Elterklasse verwendet, mit der wir dann die anderen unterschiedlichen Neuronen oder von denen wir das ableiten werden. Im Wesentlichen gibt es hier dieses A. Das ist der Wert, der Ausgangswert oder der Aktivierungswert von meinem Neuron. Das ist eine stinknormale Double-Variable, wir werden, wenn wir das Ganze irgendwann mal in Python machen, ich meine, dass es dann Float-Variablen sind. Aber das ist, wie gesagt, für dieses Beispiel jetzt hier Jacke wie Hose. Wir wollen einfach nur eine Gleitkommazahl her ablegen. Hier mache ich jetzt noch ein kleines Klassendiagramm für die, die sich damit ein bisschen besser auskennen. Das werde ich jetzt nur am Anfang machen, weil sonst wird es so aufwendig. Aber nur, dass man so ein bisschen die Orientierung behält. Das heißt, wir haben jetzt hier eine abstrakte Klasse. Die hat einen Double-Wert, das ist der Aktivierungswert oder Ausgabewert und ein Getter und ein Setter dazu und mehr ist es nicht. Dann brauche ich für die Aktivierungsfunktion noch irgendeinen schlauen Mechanismus und da habe ich mich jetzt einfach für ein Interface entschieden. Das Interface ist Activatable. Das soll die Aktivierungsfunktion sein, die die Aktivierung dann eben durchsetzt. Und das ist nichts anderes wie eine Funktion f von und hier habe ich jetzt ein Double-Wert als Input und das ist nichts anderes wie f von x. Also ich hätte jetzt diesen Input auch x nennen können. Und das ist alles. So soll jede Aktivierungsfunktion aussehen. Das ist eine Klasse, die einfach die Methode f von hat. Warum mache ich es mit dem Interface? Ja, es ist einfach einfacher. Es ist flexibler dann später bei der Umsetzung. Wie gesagt, es soll nur dazu dienen, dieser ganze Hokuspokus, damit wir verstehen, wie das Innere von den neuronalen Netzbibliotheken funktioniert. Und insofern schauen wir, dass wir es möglichst übersichtlich hinkriegen. Performance ist jetzt hier erstmal überhaupt kein Thema. So, also ich habe vorhin schon gesagt, wir haben ein Parameter. Das wird dann mein x sein oder die Summe Wn von x oder Wn mal x. Das ist das, was wir dann später in unserer in unserem Neuron dann zusammenzählen werden. Gucken wir uns mal ein paar Aktivierungsfunktionen an. Ich beginne mal mit der einfachsten. Die werden wir nicht sinnvoll in einem neuronalen Netz verwenden können, aber für die Herleitung von der Delta-Lernregel wird es ganz praktisch sein. Deswegen übernehme ich es mal, weil diese Identitätsfunktion hat eine Eigenschaft, die die anderen hier dargestellten Aktivierungsfunktionen auch haben. Sie steigt stetig. Und deswegen nehme ich sie einfach mal mit rein. Winkelhalbierende war ja, ich habe einen Wert, in dem Fall, dass ich gebe die drei rein und kriege die drei raus. Und dementsprechend die drei als Eingabewert wird dann automatisch der Ausgabewert. Stinkt normal. Also ich glaube, das ist die einfachste Funktion mit einem x, die man sich vorstellen kann. Von der Umsetzung her ist es auch relativ billig. Ich setze einfach mein x wieder als, mein Eingabewert als Return-Wert raus. Und ja, das war es eigentlich. Mehr steckt da nicht dahinter. Die nächste, und das ist eine relativ häufig eingesetzte Funktion, ist die sogenannte Sigmoid-Funktion. Die sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus, in Anführungsstrichen. Aber interessiert uns ja nicht, weil im Prinzip wir tippen das so in unserem Programm ein. Und der Rechner macht das dann. Der kümmert sich dann um die einzelnen Elemente. Was zeichnet diese Sigmoid-Funktion aus? Sie blockiert das Eingangssignal. Das Signal, wenn es so kleiner 4, kleiner, kleiner minus 4, kleiner minus 5 ist, so in dem Bereich, wird es zu 0 gesetzt oder fast 0. Dann das Ausgangssignal wird auf 1 gesetzt. Ja, wenn es größer 4, 5 sowas ist, dann ist es einfach auf 1. Also das Eingangssignal wird normiert auf 1 für das Ausgangssignal, korrekterweise. Und zwischendrin gibt es einen relativ langsamen Anstieg. Der sieht zwar jetzt aus wie 45 Grad, ist es aber nicht, weil ich die Y-Achse nach oben gestreckt habe, damit es ein bisschen hübscher aussieht. In Wahrheit ist es sehr viel flacher. Also sieht man halt unten, wie groß der X-Abstand und wie groß der Y-Abstand ist. Also wer möchte, kann sich das mal zu Hause mit Bleistift und Papier direkt einzeichnen. Oder es gibt im Internet auch ein paar Seiten, wo man einfach die Funktion eingibt und dann plottet das Ding das einfach aus. Gut, das wäre die Sigmoid-Funktion. Und die wollen wir jetzt natürlich auch umsetzen. Ich gebe einfach nur diese mathematische Formel ein. Das ist Klein-E, steht in Java in der Math-Bibliothek.e. Und das Exponieren ist POW, P-O-W, also E hoch minus X. Also straightforward, 1 zu 1. Da steckt auch nichts dahinter. Die nächste ist die Tangens-Hyperbolicus-Funktion. Ja, da werden wir vielleicht noch ein bisschen rumspielen mit der. Die wurde angeblich anfangs sehr häufig genutzt, ist aber so ein bisschen in Vergessenheit geraten zugunsten der Sigmoid-Funktion. Aber im Wesentlichen ist es eine Art Sigmoid-Funktion. Ich male sie mal daneben und man sieht, dass sie im Prinzip, wenn ich so ein bisschen strecke und stauche, dann kommt eben tatsächlich die Tangens-Hyperbolicus-Funktion raus. Und unten steht die Formel, ist jetzt auch nichts Besonderes. Wichtig ist, dass man so ein bisschen diesen Graphen im Kopf hat. Was hier einfach passiert ist, dass die negativen Werte nicht blockiert werden, sondern sie werden einfach auf minus 1 normiert. Das ist eigentlich alles. Ja, so programmieren können wir es auch. Auch hier nichts Neues, 1 zu 1 Umsetzung dieser mathematischen Formel. Das sollten wir alle relativ locker hinkriegen. Die nächste Aktivierungsfunktion ist die Rectified Linear Unit oder kurz RELU. Die wird gerne genommen. Die zeigt recht gutes Lernverhalten. Angeblich, wer weiß, vielleicht gibt es in Zukunft noch andere bessere. Ich weiß es nicht, aber gut, ist jetzt kein großes, soll jetzt kein großes Thema sein. Die Funktion ist nichts anderes wie Max von 0 und x. Das heißt, im positiven Bereich ist es nichts anderes wie die Identitätsfunktion. Das heißt, das x wird 1 zu 1 rausgegeben und im negativen Bereich wird es einfach auf 0 runtergedrückt. Also so ein bisschen von der Idee her, wie die Sigma-It-Funktion, nur dass das Ausgangssignal nicht auf 1 normiert wird, sondern 1 zu 1 rausgegeben wird. Und ja, das ist eigentlich alles. Sie hat, ja, erst mal sieht es sehr, sehr billig aus. Kann man sagen, warum hat man sich gleich so genommen? Sie hat einen kleinen Nachteil. Sie ist nicht ohne weiteres differenzierbar, abschnittsweise schon. Aber das Thema differenzieren werden wir in einem späteren Video nochmal uns anschauen. Soll uns jetzt aber erst auch mal nicht weiter stören. Wichtig ist, dass wir dieses Ding umsetzen können und das machen wir jetzt auch mal. Und da sehen wir hier, das ist auch nichts anderes wie eine stinknormale mathematische Funktion aus der Java-Bibliothek. Und das war es im Großen und Ganzen. Recht viel mehr ist es nicht. Das heißt, wir haben jetzt unsere vier Aktivierungsfunktionen jeweils in der eigenen Klasse mit einer Interface-Methode. Nichts anderes wie f von x und es kommt halt dann der Wert raus. Insofern nichts Besonderes. Jetzt kümmern wir uns um das eigentliche Neuron, das sogenannte Worker-Neuron. So habe ich es jetzt einfach mal getauft. Und das soll jetzt einfach mal eine beliebige Aktivierungsfunktion haben. Ich sage jetzt nicht welche, das werden wir gleich über den Konstruktor lösen. Und es erweitert unsere Methode oder unsere Klasse Neuron, sodass wir unser a als Wert und als Getter und Z haben. Und damit können wir jetzt weiterarbeiten. Hier sehen wir jetzt den Konstruktor. Und was ich als Parameter übergebe, ist die Aktivierungsfunktion. Und so habe ich eine gewisse Flexibilität, da auch ein bisschen rumzuspielen. Das werden wir dann bei Keras über einen Parameter machen, ohne dass wir ein neues Objekt übergeben müssen. Hier machen wir es ganz normal mit einem Aktivierungsfunktionsobjekt, Activatable, was unser Interface ja dargestellt hat. Jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass unser Aktivierungswert auch wirklich berechnet wird. Und als Parameter kriege ich jetzt einfach meinen x-Wert, wo auch immer der herkommt. Das werden wir nachher noch ein bisschen anpassen. Und dann sage ich einfach nur a ist gleich. Und dann lege ich diesen x-Wert in meine Aktivierungsfunktion rein, welche von den 4 auch immer es ist. Es ist egal. Und dann wird eben mein Faktor oder mein Aktivierungswert a berechnet. Und damit habe ich jetzt schon mal sozusagen ein Teil meines Neurons realisiert. Und zwar streng genommen den rechten Teil. Ich habe es rechts eingekreist. Wir sind hier bei f von x. Jetzt wollen wir uns in unserem Neuron ein bisschen nach links bewegen. Also wir wollen die Summierung und die Gewichtung einbauen. Und das war ja, dass ich sage, ich habe meine Ausgangssignale der Vorgänger. Das waren meine x, 1, 2, 3 und die Gewichtung pro Ausgangssignal. Das war ja das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Und das Ganze müssen wir jetzt irgendwie programmtechnisch umsetzen. Das heißt, wir müssen uns jetzt um diese Verbindungen mal kümmern, die in unser Neuron reingehen. Dazu bauen wir jetzt eine eigene Klasse. Die nenne ich Connection. Und die hat jetzt ein Neuron als Quelle. Und da kann ich ruhig die Elternklasse verwenden, weil ich bin ja eigentlich nur an dem Aktivierungswert des Ausgangs, des Vorneurons interessiert. Und den nehme ich jetzt als x für meine Summierung. Wir haben ja gesagt, das, was bei meinem Ausgangswert a heißt, ist als Eingangswert x, ist aber das gleiche Signal, haben wir uns ja angesehen. So, dort hole ich dann später eben den x-Wert raus. Das sehen wir uns dann gleich bei der Methode nochmal an. Dann brauche ich natürlich eine Gewichtung. Das ist auch wieder ein stinknormaler Gleitkommawert. Das ist eben mein w oder weight. Und den übergebe ich dann gleich über den Konstruktor. So, damit haben wir die Möglichkeit geschaffen, unser a ganz normal zu berechnen. Das machen wir hier. Das ist quasi diese Rechnung. Das ist sozusagen der Wert, der an den Nachfolger geht. Ich sage einfach Gewicht mal von der Quelle mein Aktivierungswert. Das ist genau das, was hier drin steht. Hier wieder der Hinweis, was bei dem einen x heißt oder was beim Eingang x heißt, ist beim Ausgang a. Einfach das Eingangssignal des Nachfolgers ist das Ausgangssignal des Vorgängers. Deswegen wird hier a und x immer lustig durcheinander gewürfelt. Gut, dann wollen wir das Ganze auch einbauen. Wir bauen uns hier eine kleine Arraylist ein aus Connections. Und das sind jetzt einfach diese Verbindungen. Also das Eingangssignal und dieses Gewicht. Dieser kleines Dreieck sollte das Signal darstellen. Dieses Gewicht, das Gewicht. Und damit haben wir die Möglichkeit geschaffen, null bis viele Verbindungen hier reinzuholen. Das Ganze müssen wir jetzt noch irgendwie bestücken mit Add Connection. Und dann hängen wir einfach die Connection an unsere Arraylist dran. Das sollte jetzt auch niemanden überfordern. Und jetzt ist noch wichtig, dass wir hier unsere Berechnung unseres Ausgangswertes. Haben wir jetzt hier als Parameter einfach unser x genommen. Aber dieses x muss ja eigentlich aus der Summe unserer gewichteten Eingangswerte kommen. Also aus den Connections. Also müssen wir hier ein bisschen umbauen. Und das machen wir wie folgt. Dass wir einfach hier sagen, ich summiere hier meine Connections, indem ich pro Connections oder pro Connection mein x raushole. Und in der Connection haben wir eingebaut bei get x. Das ist nichts anderes wie w mal x. Und damit haben wir eben unsere Summierung aufgebaut. Also die Summierung ist nichts anderes wie diese Vorschleife, die unser x dann entsprechend aufsummiert. Und dieses x schiebe ich dann einfach in meine Aktivierungsfunktion rein. Und damit haben wir eigentlich unsere Neuronen soweit ziemlich fertig. Jetzt müssen wir noch eine kleine Sache machen. Und zwar habe ich jetzt eine kleine Factory eingebaut, die uns dann später hilft, unsere neuronalen Netze etwas einfacher aufzubauen. Das ist hier im Prinzip einfach eine Factory, die den Aktivierungstyp, also Identity, Sigmoid, Tangens, Hyperbolicus und Relu als Parameter übernimmt und dann einfach über ein Switchcase ausgibt. So dass wir uns den Aufruf des Konstruktors dann später sparen. Wie gesagt, ist nur ein kleiner Helferlein, dass wir uns später einfach leichter tun. Das ist eigentlich alles. Damit haben wir jetzt das Wichtigste abgehakt. Wir sind jetzt in der Lage, ein Neuron zu programmieren mit den wichtigsten Funktionalitäten, nämlich der Gewichtung und Summierung der Eingangssignale, der Anwendung einer Aktivierungsfunktion und der Ausgabe des Ausgabewertes. Das ist eigentlich erstmal alles. Und im nächsten Video schauen wir uns jetzt an, wie wir den ganzen Kram dann vernetzen können zu einem wirklichen neuronalen Netz. Das wird dann noch mal einiges an Code sein. Und ja, bis zum nächsten Video. Dranbleiben!